und dem All-Post-Aufschluss-Takt. Meine Erfahrung hat mich dazu gebraucht, Studium fortzusetzen, nämlich mit einem Stipendium des DAAD in Köln. Nach drei Jahren Studium bin ich nach Belfast zurückgekehrt, ich bin wieder hier, und ich finde, dass Deutschland ein sehr gutes Land für Studium und Ausbildung im Allgemeinen für junge Leute ist, dass man sich dabei willkommen fühlt. Es ist vielleicht nur eine gute Tatsache zu wissen, dass Bulgarien an der zweiten Stelle von ausländischen Studierenden in Deutschland liegt. Das heißt, es geht vielleicht nicht um die Größe des Landes, woher die Studenten kommen, sondern nach dieser Nähe von Deutschland und wie sie viele ausländische Studierende zu sich nehmen kann. Ich wünsche mir, dass mehrere Ausdauerstudenten auch in Serfim werden, an unseren Universitäten vielleicht für ein Semester. Ich finde, dass auch jeder, der zurückgekehrt ist, wie ein Multiplikator sozusagen wirkt, weil durch seine Zufriedenheit und gute Erfahrungen kann er sehr viel weiter gehen und weiter erzählen im privaten, unberuflichen Alltag und in seiner Umgebung. Also das war's von mir. Vielen Dank.